Schulabschluss bald in der Tasche? Dann wird es Zeit für neue spannende Aufgaben. Und davon haben wir von der Fiducia und GAD IT AG jede Menge. So viele, dass wir ständig auf der Suche sind nach den IT- und Softwareexperten, Kaufleuten und Beratern von morgen. Vielleicht ja auch nach dir. Egal ob Ausbildung oder duales Studium. Unsere drei Standorte bieten ein tolles Umfeld zum Lernen. Qualifizierte Ausbilderinnen und Ausbilder betreuen dich ganz individuell. So kannst du von Anfang an bei innovativen Projekten mitwirken und bist mittendrin statt nur dabei. Nicht umsonst sind wir beliebtester Ausbildungsbetrieb Deutschlands. Und auch danach bieten wir beste Entwicklungschancen. Mit gezielter Mitarbeiterförderung. Lernen im Team macht dir Spaß und selbst komplexe Prozesse sind für dich glasklar. Dann beginne jetzt deine Zukunft mit einer Ausbildung oder dualem Studium bei der Fiducia und GAD.